Tausend Gedanken schwirrten Lena durch ihr helles Köpfchen. Zum einen fand sie es unglaublich aufregend, im Stadion auf der Pressetribüne zu sitzen. Sie konnte gar nicht alles auf einmal verarbeiten. Zum anderen irritierte es sie schon sehr, dass Leo Wemser nun doch spielte. Darüber musste sie später nochmal in aller Ruhe nachgrübeln. Übrigens, sagte Louis in dem Moment, ich habe das Goldkettchen eben am Würstchenstand gesehen. Was? Lena fuhr aufgeregt hoch und packte Louis an der Knopfleiste seines guten Hemdes. Wieso sagst du das denn erst jetzt? Wie, erst jetzt? Ist doch nicht mal fünf Minuten her. Louis lockerte ihre Faust an seinem Hemd, biss erneut ab und tunkte dabei die Nase in den Senf. Wo ist er hin? Lena wollte ihren Sitz verlassen, blieb dann aber enttäuscht hocken, als genau in dieser Sekunde das Spiel angepfiffen wurde. Durchkommen unmöglich. Keine Ahnung, nuschelte Louis zwischen zwei Bissen Wurst. In irgendeine andere Richtung. Hast du das gefilmt? Wie, Jan? Die Kamera ist doch eingeschlossen, damit wir nichts vom Spiel aufnehmen. Keine Rechte, weißt du doch. Louis war die Ruhe in Person. Er fand es nicht weiter aufregend, dass das Goldkettchen im Stadion herumlungerte. Lena dagegen wäre am liebsten sofort losgesprintet, um den Mann zu suchen, zu stellen und zu... Ja, was eigentlich? Richtig was vorwerfen konnten sie ihm ja tatsächlich immer noch nicht. Sie tippte Humpert an. Der bemerkte das gar nicht, weil er nur noch gebannt auf den Rasen blickte. Was hat das Goldkettchen denn gemacht? Richtig was, wisperte Lena Louis aufgeregt zu. Der hob nur kurz die Schultern. Was wohl? Würstchen gegessen. Mensch, doch nicht dahin! Linker Flügel! So ein Esel! Das kann ja meine Oma besser! Seit Spielbeginn war aus dem wohlerzogenen, ruhigen, gute Manieren überaus schätzenden Horst Humpert ein waschechter SVH-Fan geworden. Immer wieder warfen Lena und Louis verstohlene Blicke auf ihren Aufpasser, der diese Aufgabe komplett zu vergessen schien. Oh! raunte das ganze Stadion in diesem Moment. Lena und Louis hatten nicht hingeschaut. Jetzt lag ein Spieler des SV Hippenbach an der Seitenlinie, hielt sich den rechten Knöchel und brüllte vor Schmerzen. Umgesenzt vom eigenen Mann! Ja, glaubt man das denn? Sowas Blödes! Der große Videowürfel in der Mitte zeigte jetzt eine Zeitlupe. Dort sah man Hippenbachs Atze Greiner mit einem Gegner um den Ball kämpfen. Plötzlich kam Leo Wemser von der Seite herangeflogen. Er traf aber leider nicht den Ball, sondern mit voller Wucht den Fuß von Greiner, der daraufhin zu Boden sackte.